Nachdenkseiten Die kritische Website Unser Land geht mehr und mehr in die Knie. Ein Beispiel, die Gastronomie. Ein Kommentar von Frank Blenz. Wir mögen sie doch an und für sich sehr, diese wundervollen Orte, die wir Kneipe, Bar, Biergarten, Bistro, Kaffeehaus, Restaurant oder schlicht Gaststätte nennen. Wir mögen sie nicht nur, wir brauchen sie auch. Aber wir beobachten und erleben. Unsere Orte der Gastlichkeit, unsere Gastgeber. Ihnen geht es nicht gut, wie so vielen Menschen nicht. Wir ahnen oder wissen sicher auch, dass diese Krise nicht wie ein Naturgesetz über uns kommt. Schon sind Leute zur Stelle, die wie im Fall der Gastronomie die Mehrwertsteuer als deren Rettungsanker ansehen. Dass sie all die Wirte, Kellner, Köche aus vielen anderen Gründen für die Not mit ihren Sorgen alleine lassen, wird ausgeblendet. Es wird sogar vom rettenden Staat gefaselt. So, so. Da macht sich die Edelmarke der Springerpresse, die Welt, Sorgen um die Wirte. Beim erneuten Lesen des Artikels mit dem Titel Restaurants retten auf Staatskosten, verraten der Stil und die Wortwahl eher emotionale Kälte. Als ehrliche Lösungssuche, engagierte Ursachenforschung und klare Ansage der Ursachen und Zusammenhänge. Zitat Das Gastgewerbe warnt vor einer Insolvenzwelle, wenn die Mehrwertsteuer wieder angehoben wird. Nur Besserverdiener könnten dann noch essen gehen. FDP-Chef Lindner droht ein Déjà-vu eines alten Traumas. Damals flogen die Liberalen aus dem Bundestag. Zitat Ende Die Welt In der Tat warnt die Lobbyorganisation der Gastronomen, die DEHOGA, das zigtausend Lokale schließen könnten wegen dieser Mehrwertsteuergeschichte. Doch die Krise hat viel mehr Gründe, Ursachen. Es braucht mehr als nur die Aussetzung einer höheren Steuer. Der zitierte Artikel der Welt strotzt vor Lobhudelei in Richtung Staatshilfen. Er ist ein Musterbeispiel, wie Krisen maximal als ein Grund für sogenannte Konsumzurückhaltung bezeichnet werden. Man verzichtet weiter darauf zu sagen, wie und warum diese Krisen entstanden und am Laufen gehalten wurden und werden. Man verschweigt, dass diese eben nicht vom Himmel fielen, wie auch Corona oder Ukraine-Krieg. Darauf folgten Energie- und Wirtschaftskrise. Dass die Gastronomie, um auf unsere Gastgeber, unsere liebgewordenen Lokale zurückzukommen, in die Knie gehen, das hatte unter anderem mit dem unsäglichen politischen Umgang in der Pandemie zu tun, der ein Desaster war. Das hat damit zu tun, dass der Krieg im Osten unbedingt vermeidbare Ursachen hat, die auch in unserer Verantwortung liegen. Man stelle sich vor, es hätte anderes Handeln in den beiden Krisen gegeben. Und es kommt noch besser. Man kann ja immer noch und künftig anders handeln. Stattdessen wird halt lieber der Staat gelobt, der das Desaster verantwortet und verantwortet hat. Und die Entscheidungsträger können sich bis heute nicht dafür entscheiden, zu deeskalieren, statt zu eskalieren. Egal. Es wird gefeiert. Weiter im Text. Allerdings hat der Staat der Branche seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 permanent Unterstützung gewährt. Zur großzügig bemessenen Corona-Hilfe, die während der erzwungenen zeitweiligen Schließung immerhin 80 Prozent des Umsatzausfalles abdeckte, kam die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent. Und diese Sonderregelung wurde wegen der Wirtschaftskrise mehrmals verlängert. Zuletzt bis Ende dieses Jahres. Zitat Ende nochmals die Welt. Weiß die Welt, dass vielen Wirten freundliche Schreiben ins Haus flatterten, die diese großzügig bemessenen Hilfen wieder einfordern. Bis heute ist die Delle, die die Schließung der Gastronomie und des Ausgrenzens von Menschen, die zum Beispiel 2- oder 3G-Regeln nicht befolgten oder nicht einhalten konnten, erzeugten, immer noch und auf andere Weise sogar zunehmend tief. Der Wirt war Polizist im eigenen Haus, gegen seine eigenen Gäste. Und jetzt ist er die Feuerwehr, weil seine Hütte brennt. Wobei die Flammen der Preisexplosionen, der politischen Überforderungen von außen seine wirtschaftliche Existenz gefährden und er eben nicht Verursacher der Lage ist. Das Wort Kneipensterben kommt mir in den Sinn. Mir fällt gleich mit ein, dass Meldungen jubelnd veröffentlichen, dass der große Anbieter der Systemgastronomie McDonalds hunderte neue Filialen plant. Große Player können Krisen nicht nur überstehen. Sie profitieren von ihnen. Auch ohne Energiekrise. Zu viele Kostenarten bedrohen Existenzen und Lebensart. Die Gründe sind vielfältig, warum Gastronomen den Schlüssel herumdrehen und zumachen. Für immer. Es liegt nicht an der Mehrwertsteuer. Nicht nur. Die vielen Kosten sind es, die zu den Einnahmen allzu oft in einem nicht mehr zu meisternden Verhältnis stehen. Es gibt zu viele Kostenarten. Ein Gastronom sagte mal zu mir, jeder außerhalb des Lokals macht die Hand auf. Ein Fotofundstück an einer Gaststätte sagt dazu einiges. Es ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Darauf ist Folgendes zu lesen. Liebe Gäste, an dieser Stelle folgt eine witzige, aber auch durchaus ernstzunehmende Stellungnahme in eigener Sache. Sollte Ihnen der Rechnungsbetrag zu hoch erscheinen, bitte bedenken Sie. Nachdem wir Fremdenverkehrsvergnügung, Mehrwert, Einkommens, Vermögens, Grundvermögens, Gewerbekapital, Gewerbeertrags, Lohnkirchenhunde, Kapitalertragssteuer bezahlt haben, Beiträge zur Krankenkasse, Arbeitslosenpflege, Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft, Familienausgleich, Invaliden, Angestellten, Lebensfeuer, Wasser, Einbruch, Unfall und Haftpflichtversicherung und die Gebühren für Miete, Gas, Wasser, Abwasser, Strommüllabfuhr, Schauensteinfeger, Hauswart, Telefon, Internet, Radio, GEMA, Deutsche Einheit und Mindestlohn entrichtet haben, bleibt für diesen Monat nur das Geld, um Sie zu bitten. Gern wird der Faktor Personal und Personalkosten benutzt, um dies als Kostenposten zu benennen, die einen Wirt zur Aufgabe zwingen. Oder weil er kein Personal bekommt, weil das Kochen und Kellnern ja keiner mehr machen will, wird höhnisch vermerkt. Dass Köche und Kellner mitunter Teil des Selbstausbeutens sind, dass der Wirt mit sich macht und an seine Crew weitergibt und so ihre Leidenschaft, ihr Idealismus angegraben wird, wird nicht erzählt. Der Wirt kann mitunter gar nicht ordentlich bezahlen, weil er, siehe den Text von oben, zu viel zu berappen hat, damit er überhaupt den Laden offen halten kann. Frag den Wirt, sage ich. GEZ zahlt er, obwohl er als Bürger auch GEZ bezahlt. Die GEMA, der Eintreiber der Liedveröffentlichungsgebühren, packt zu, als gäbe es kein Morgen. Was macht der Wirt? Er veranstaltet keine Konzerte, keine Kleinkunst mehr, allein die Musik aus der Konserve bleibt. Und so verschwindet nicht nur die Gastronomie, sondern auch die Kultur. Unsere Lebensart. Vorschläge pro Gastronomie Besserverdienende gehen gern aus. Das wäre doch ein Ansatz. Wie wäre es, wenn wir uns alle zu Besserverdienenden machen? Somit sind wir wieder bei uns, den Gästen. Wie wäre es, wenn es faire Löhne gäbe? Zum Beispiel für Verkäuferinnen und für Dachdecker und für Fernfahrer, für Krankenschwestern und für Pflegekräfte, die dann eben besser verdient wären. Diese Menschen wollen ebenfalls gerne ausgehen, einkehren, genießen. Gastronomie für Besserverdienende hätte damit einen normalen Klang. Und die Kneipen hätten mehr Umsatz. Das, was die Welt meint, hört sich dagegen so an, wie in Frankreich die Arroganz der Eliten, die dem Volk in seiner Not noch zuraunen, Kuchen zu essen, wenn es sich kein Brot leisten könne. In Anführungszeichen Strukturwandel mit den Veränderungen klarkommen müssen? Noch einmal ein Zitat aus der Welt. Weil reichere Menschen häufiger essen gingen als ärmere, wäre eine dauerhafte Vorteilsgewährung bei der Mehrwertsteuer zudem eine Umverteilung zugunsten höherer Einkommensschichten, heißt es in der ZEW-Studie. Vor allem aber sei es unfair, eine bestimmte Branche vor dem Strukturwandel zu schützen, während andere, wie etwa der Handel oder das Handwerk, ebenfalls mit den Veränderungen klarkommen müssten. Zitat Ende. Die Zeilen der Welt lesen sich wie die Abgehobenheit und Arroganz in Reinform, mit einer Prise gespielter Fairness. Man nimmt das Wort Strukturwandel in den Mund, stattdessen sollte es kaputt machen, in Kauf nehmen von Pleiten, Existenzvernichtung heißen. Und nein, die vielen genannten Macher wie die Gastronomie, der Handel, zu dem Verkäuferinnen, Verkäufer, Transporter und Logistik usw. zählen, das Handwerk. Sie haben eben nicht gefälligst, mit den Veränderungen klarzukommen. Veränderungen sind konkret, willkürlich durchgezogene Preisexplosionen bei Energierohstoffenabgaben waren, die zu höheren Kosten auf Kosten der Bürger, der Leute wie in Gastronomie, Handel, Handwerk und auch uns Bürgern, den Verbrauchern führen. Diese Zumutungen, diese Veränderungen sind obszöner Bestandteil einer ruinösen Politik. Wie wäre es, die Daumenschrauben abzuziehen? Wie wäre es, die Kostenposten der Gastronomie durchzuforsten und eine echte Entlastung anzugehen? Warum müssen alle um die Gastronomie herum so unverschämt die Hand aufhalten? Wer nicht damit klarkommt, muss weichen. Diese Logik ist Zynismus. Wie war das gleich nochmal? Die Politik ist in der und für die Gesellschaft dazu da, die Rahmenbedingungen zu bestimmen und zu gestalten, damit der Laden rund läuft. Habe ich mal von meinem Vater gesagt bekommen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter unserem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Vielen Dank. Vielen Dank.